Und dazu begrüße ich den grünen Abgeordneten und Vorsitzenden des Europaausschusses im Deutschen Bundestag, Anton Hofreiter. Guten Tag. Guten Tag. Herr Hofreiter, wir müssen über Italien reden und den Wahlsieg der Postfaschisten, der Fratelli d'Italia, die nun bald die Geschicke des Landes lenken könnten. Wie geht's Ihnen damit? Das ist natürlich keine gute Nachricht, insbesondere für die Menschen in Italien. Gut, sie haben es selbst gewählt, aber bis jetzt hat die Erfahrung in Europa immer gezeigt, wenn Rechtspopulisten und Rechtsradikale an die Macht kommen, dann schade sich die Menschen am stärksten selbst. Ein schönes Beispiel dafür ist Ungarn, wo die Korruption Orbans insbesondere auch den Menschen in Ungarn schadet. Dabei war Italien ja auch dank Mario Draghi im Amt des Premiers jahrelang ein stabiler Partner in Europa. Wovon hängt denn jetzt aus Ihrer Sicht ab, ob das Land nun wieder zum politischen und wirtschaftlichen Sorgenkind in Europa wird oder nicht? Das hängt ganz stark davon ab, wie die Regierung jetzt agiert und natürlich auch, wie wir darauf reagieren. Man muss sich klar machen, Italien ist viel stärker auf Europa angewiesen wie umgekehrt. Und wir dürfen nicht den Fehler machen von europäischer Seite, den wir gemacht haben mit Ungarn, nämlich viel zu lange zuzuschauen, wie die Rechtspopulisten, Rechtsstaat, unabhängige Justiz, Pressefreiheit und Demokratie angreifen, sondern wenn sie das versuchen, muss man sofort einschreiten. Wie könnten denn Berlin und Brüssel auf die nächste wohl Rechtsaußenregierung in Rom zugehen? Glauben Sie, dass sich eine solche Regierung, an der ein Matteo Salvini, ein Berlusconi, eine Giorgia Meloni beteiligt sind, ja europäisch einhegen lässt? Ja, ich glaube, die lassen sich europäisch einhegen. Italien ist dringend angewiesen auf die Gelder aus Europa. Und deswegen muss man klar machen, in dem Moment, wo sie sich nicht an Recht und Gesetz halten, werden diese Gelder gesperrt. Bisher hat ja Italien die Sanktionen gegen Moskau mitgetragen. Wie groß ist denn jetzt die Gefahr, dass es mit der europäischen Einigkeit vorbei ist, wenn die Fraktion der Sanktionskritiker in der Europäischen Union, ja von Viktor Orban angeführt, jetzt womöglich noch größer wird? Das ist eine offene Frage, nämlich das ist umstritten in dem Bündnis. Salvini ist eindeutig gekauft von Putin, während Meloni behauptet, dass sie eine scharfe Gegnerin ist von Putin. Deswegen ist das, glaube ich, auch einer der ersten Streitpunkte innerhalb der Rechtspopulisten. Ja, der vierte Tag der Scheinreferenten in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine hat begonnen. Eine Farce, darin sind sich alle im Westen einig. Aber was, Herr Hofreiter, wenn Russland ernst macht und jeden Angriff auf annektierte Gebiete zum Angriff auf eigenes Territorium erklärt, was kann diese Eskalation dann noch stoppen? Man muss Russland deutlich machen, dass man das nicht akzeptiert, genauso wenig wie man es bei der Krim akzeptiert hat. Und die Angriffe, die die Ukraine auf die Krim durchgeführt hat, gegen militärische Einrichtungen, hat Russland auch nicht dazu gebracht, entsprechend zu behaupten, dass das Angriff auf eigenes Territorium ist. Und das ist, ich glaube, man sollte da einfach gelassen bleiben und sagen, wir unterstützen die Ukraine weiter, wir unterstützen die Ukraine noch stärker. Und das ist eine weitere Pseudomaßnahme von Putin, um von seiner eigenen Schwäche abzulenken. Aber diese Ihre Gelassenheit, Herr Hofreiter, teilt nicht jeder. Etwa der SPD-Chef Klingbeil, der fürchtet eine nukleare Eskalation, sagt Putin, könnte taktische Atomwaffen einsetzen, um diese vermeintlich neuerussischen Gebiete in der Ukraine zu verteidigen. Welche Optionen bleiben da eigentlich noch Deutschland und im Westen? Man darf sich schlichtweg nicht erpressen lassen. Nämlich taktische Atomwaffen sind natürlich eine Drohung, aber Putin hat schon oft gedroht. Und die Chinesen als seine engen Verbündeten haben deutlich gemacht, dass sie das nicht akzeptieren. Und man sieht auch keine militärischen Aktivitäten in diese Richtung. Das würde man über Satelliten entsprechend erkennen, beziehungsweise die Amerikaner würden es auch an entsprechenden Maßnahmen erkennen. Und deshalb sollte man nicht in die Falle der psychologischen Kriegsführung von Putin gehen. Sie haben eben schon gesagt, Deutschland und der Westen müssen eben weiter Waffen liefern. Das haben Sie kürzlich auch in einem Interview nochmal betont, dass Deutschland über kurz oder lang nicht um Hinkomme der Ukraine auch moderne westliche Kampfpanzer zu liefern. Wann, glauben Sie, kommt denn der Kurswechsel der Bundesregierung? Was muss passieren, damit Kanzler Scholz sich darauf einlässt? Ich glaube, das ist eine offene Frage. Es ist ja schrittweise immer mehr passiert. Man darf ja eins nicht vergessen. Wir liefern ja bereits in großem Umfang moderne westliche Waffen. Die USA mit Abstand am meisten, Großbritannien viel. Aber auch wir haben hochmoderne westliche Waffen geliefert. Von der Panzerhaubitze über mehrfach Raketenwerfer bis zum Gepard-Panzer, der einer unserer offensivsten Panzer ist, die wir überhaupt im Bestand haben. Und deshalb sollte es eigentlich nur noch ein kleiner Schritt sein, weiter zu unterstützen, jetzt mit einem weiteren Typus von schwerer Waffe, neben Leopard 2. Aber die Lieferung von Leopard 2-Panzern an die Ukraine, das wäre eben ein großer Schritt, mindestens mal für den Bundeskanzler, der immer wieder darauf verweist, Deutschland wolle keine Alleingänge machen. Ist das für Sie noch ein plausibles Argument, nachdem die Amerikaner klargestellt haben, dass jeder Verbündete selbst entscheiden darf, was an die Ukraine geliefert wird, inklusive schwerer Panzer? Ich halte das Argument mit den Alleingängen für absolut wichtig. Aber wir würden ja keinen Alleingang machen. Denn erstens, wie Sie bereits erwähnt haben, die Amerikaner haben das klargestellt. Und zweitens gibt es durchaus eine Reihe von Ländern, die Leopard 2 besitzen, die da sehr, sehr gerne in einer Gemeinschaft mitmachen würden. Bei Spanien ist es ja sogar öffentlich geworden. Deutliche Worte des Vorsitzenden des Europaausschusses im Deutschen Bundestag, Anton Hofreiter. Ich danke Ihnen und einen schönen Tag noch. Ich danke Ihnen.